Hallo Leute, Matthew hier und wir machen weiter mit Lufa Ruin zu Floor. Wir müssen heute zur Bürgermeisterin und schauen mal, was uns da erwartet. Nachdem wir im Turm waren. Hallo liebe Bürgermeisterin. Genau, wir brauchen das. Schön, wir hätten auch einfach wegrennen können und hätten sie einfach behalten, aber egal. Wir müssen über den Ozean. Yes! Yes! Cool, Casino. Na dann mal los. Let's go, da aus. Ja, auf dahin. Wir müssen über die Windländer. Schön. Und wir werden natürlich auf Monster treffen. Oh mein Gott, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Komme ich nur auf das Malischbrett. Oh mein Gott, das hätte ich nicht erwartet. Jo, dann geh mal Junge. Wir wissen, du wirfst dein Leben einfach weg. Ist mir eigentlich persönlich egal, denn ich hab meine Gruppe. Seitdem du würdest dich uns anschließen, dann würd ich natürlich sagen, ja, bitte. Geh nicht, aber du schließt uns dich vermutlich in hier an, von daher. Und wann werden wir unseren nächsten Kämpfer bekommen, weil es müsste ja noch einer rein theoretisch dazukommen. Rein theoretisch aber auch noch. Mal schauen. Wow, das ist eine tolle Goldzoll. 4444. So, jetzt müsste ich nochmal überlegen, wo war denn hier der Waffenladen? War der hier? Nee. Ich hab völlig vergessen, wo der Waffenladen war, Leute. Falls mir das jemand sagen kann, vermute ich hier. Nein. Darauf. Hm. So, damit haben wir uns dann schon mal unsere Party ausgerüstet. Ein bisschen mehr. So, dann sollten wir nochmal... Nee, in den Wind waren wir doch, oder? Jo, sieht so aus. Sollten wir nochmal kurz in die Kirsch... Ach, das können wir auch gleich nochmal. Ich will ja woanders noch kurz hin. Nämlich... Ich will mal kurz was gucken. Da sind die Windbänder. Gut. Dahin. So, hier geh ich so ein Buch rein. Da. Ich vergesse das immer wieder irgendwie. So, und Jo müsste dann... Da rein? Da rein? Nee, das war die andere Tür. Da rein. So. Gut, die können alle irgendwie nix. Ich will eins ungerne meinen Drachengrat wegwerfen. Ich will eins ungerne meinen Drachengrat wegwerfen. Weil mein Drache ist mir wichtig, Kombi. Und wenn der weg wäre, wäre ich ganz unglücklich. So. Ja.